1 OH-H-LQTION Moin meine Tierfreund Atl ninguna für ihre... found lägen Ich wollt nicht mitten darin anfangen weil die Leute.. Da hab ich einen Eindruck gemacht von 321 Este Dadista Ich hab gerade runtergezählt, falls dir das nicht aufgefallen ist. Boah, wie ehrlich? Ich hab's nicht gehört. Du sagst, ja, ich nehm jetzt auf und hast direkt gestartet. Die Dame hat einfach runtergefallen ist. Oh nein, das wollte ich nicht. Lass mich raus. Wie geil. Doi. Ich hab auf das Fass geschissen. Nein, nein, geh weg, nein. Oh, Alter, das ist so ein kleiner Pisser. Ich hab Angst. Ohne Witz, ich hab so ne geile Pose. Wenn ich nicht inno... Wenn ich nicht inno... Lol, Phil ist es. Fuck! Ja, Phil war's von Anfang an. Er hat mich auch schon getötet. So geil! Ich denk mir das am Anfang. Okay, wenn's jetzt losgeht, schieß ich einfach auf Fisch. Bam, Traitor. Ja. Ich wollt gerade sagen, ich hab so ne geile Pose. Wenn ich jetzt nicht innocent wär, würd ich jetzt einfach Phil töten. Wo warst du denn? Weasel? Wieso bist du eigentlich an meiner Leiche vorbeigelaufen? Bin ich? Ja, ich liege in dem Einsturzhaus. Wo bist du denn überhaupt? Oh, Tatsache! Ich seh's gerade. Ne, warte, tu ich gar nicht. Ich dachte, ich würd's gerade sehen. Ach doch, da! Ich dachte mir so, okay, er geht da jetzt rein. Das ist konfirmt an meine Leiche. Ja! Sieht, dass Äpfel da gerade rausgekommen ist? Nein! Ich hab die Leiche angeguckt und einfach ignoriert. Ja, hab ich gemerkt! Oh mein Gott, tut mir leid. Ja, kein Ding. Ja, hast du mir gekillt. Hallo, Tatsache. Ja, aber ich hab den Traitor ja gefunden. Ich fand das geil, dass ihr eigentlich alle selber umgebracht habt. So. Und dass ich das jetzt noch erwischt hab, Alter. Deagle Skills. Aber so, hol' her. Bitch, please. Es ist schon cool, wenn man seine Aufnahme anfängt und man stirbt. In den ersten zwei Sekunden der Aufnahme. Ja. Innocent und Freddy. Traitor. Das war... Aber das war auch gerecht. Ich war Traitor. Freddy, du bist Traitor? Ja. Okay, hallo Freddy. Aua! Ich schieß schon auf ihn. Hallo Phil, Phil, Phil. Phil, ich bin hier. Okay, okay, lass es, lass es. Ich hör auf, ich hoff, ich hoff. Phil, ich bin wirklich hinter dir. Du bist tot. Hi. Der hört sich dieses Dächer nicht angucken. Die sieht echt cool aus. LOL. Alter, wer schießt da auf mich? Niemand, ey? Ich weiß nie, wo sie rein. Ich hab so nie random in den Luft geschossen. Wo warst du vorhin? Warte mal, wo bist du? Ich hab gesehen, wie du geschossen hast. Ich hab auf... Ich war... Okay, dann lass ich dich. Dann lass mich auch jedenfalls tot. Komm, lass mich einfach hier drin. Du hast mich hier einfach wieder grundlos angeschossen. Ja. Grundlos. Ich will ja. Aber ich bin inno. Aber ich bin wirklich inno. Fucky, bist du inno? Ich bin runtergeklettert. Ich hab gerade eben auf Dennis geschossen, weil er mich... Das ist richtig schlimm. Lass mich bitte... Ach, da ist Damian. Hallo Damian. Hallo Damian. Hallo Damian. Hallo Damian. Da ist mir gar nicht aufgefallen, wie viele wir eigentlich noch sind. Das ist voll krass, ne? Ich hab... Weil ich hab Ariel vergessen, ich hab Chucky vergessen. Das ist eine Testprobleme. Gerade ist jemand gestorben. Äh... Äh... Der wurde gerade jemand erschossen. Ich hab ne AWP gehört. Keine Ahnung. Du warst es nicht, ich hab's gesehen. Okay, da hinten steht einer auf dem Dach. Da hinten steht einer auf dem Dach. Blade ist es. Blade steht da hinten auf dem Dach. Was? Was wo? Ja, ich hab grad nur zugeguckt, wie Damian da das Holz runtergefallen ist. Ich hab ne fucking AWP gehört. Ja, er ist runtergesprungen, dann wurde er angeschossen. Ja, ja. Hört sich aber an. Bei mir sahst du aus, als wir... Ich glaub, da oben im Fenster der war das. Also, Blade steht auf dem Dach. Wer ich? Nein. Weil... Genau. Ich hab ihnen eine Chance. Guck dir mal die Leiche da vorne an. Ich hab Angst nicht zu confirm werden. Die Sniper da überall. Das ist ne AWP. Ne AWP. Ich glaub es war, äh, Blade. Ja, dann war es entweder Blade oder Arrow. Ich hab eine komische M16. Ich hab keine Ahnung, was ne AWP ist. Ne AWP ist ne AWP. Keine AWP. Ey, hör auf mich anzuhauen. Bitte nicht erschrecken. Ich fiel's jetzt auf dem Explosionswasser. Bumm. Ähm... Die AWP ist ne Drittwaffe, ne? Was wüsste? Eine Drittwaffe? Ja, das ist ne dritte. Man bekommt dann ne dritte Waffe dahin. Ja. Was nur ne Smokra hat. Selbst wenn er euch jetzt irgendwie Deagle und Shotgun zeigt, dann hat er immer noch die AWP. Aua. Okay. Selber wehgetan. Hier runter? Hier runter, oder? Und was ist ne AWP? Das ist ne Sniper. Ah so, okay. Aber so eine grüne, große. Grüne, große. Wie der Hulk. Und sein... Grün und Große. Ich frag mich nicht, ob ihr euch beide seht oder ob ihr euch nicht beide seht. Ich weiß grad gar nicht mehr, wer alles lebt. Also da ist Arrel oben. Hallo Arrel. Ich hab grad den Flachwitz auf Doom gemacht. Und Phil ist da unter mir. Ja du hast über das Geschlechtsorgan des Halkes gesprochen. Oder Halk ansicher ist auch groß und grün. Phil ist unter mir. Damit wir das diese... Warum sind alle gerade so still? Sind etwa schon alle tot oder was? Keine Ahnung. Wer lebt denn alles noch? Also ich lebt noch. Ich lauf hier grad auch noch rum. Bis jetzt ist Damien. Also confirmed. Ich geh mal auf Leichensuche. Warte aber Arrel war doch gerade oben bei irgendwem. Wo? Ja ich wurde auch angehauen. Ich hab den Fischi gefunden. Ich glaub ein bisschen grad Schütze. Wodurch ist er gestorben? Durch mich. Der ist gestorben. Warum kann ich ihn nicht angucken? Doch jetzt kann ich warte. Der ist gestorben durch eine AWP. Warte. Ist da Arrel da in der Hand? Eine M16. Ich bin jetzt im 16. Da ist Blade One. Ich glaube sie weiß noch nicht mal wie man das aufruft. Ich wurde grad irgendwo angeschrieben. Guck mal da ist noch jemand Blade One. Angst vor Dennis ohne Witz. Ich hab das Gefühl dass der Traitor grad einfach nur still ist. Ja und das ist dann Freddy. Nein Freddy ist oben tot. Kann sein. Da ist Dennis auf jeden Fall. Ich hab ihn getötet weil er mich angehauen hat und da hab ich gedacht er will mich töten. Und da hab ich zwuchtet. Ich hab ich das Gefühl das ist... Nein Thomas kann das nicht gewesen sein. Ich schieß auf was? Lol. Oh. Jetzt. Thomas ist ganz echt nicht gewesen. Ich hätte ehrlich gesagt dass Thomas es ist weil er die ganze Zeit gesagt hat dass er innocent ist. Lol. Was ist da runter gefallen? Was ist da runter gefallen? Warte mal man kann doch bestimmt. Man kann doch bestimmt. Ähm nur mal so. Es kommt jetzt noch jemand drauf. Ja ist okay. Ah. Einer von euch dreien da unten muss es sein. Ich will keine Random Kills machen. Soll ich? Ja aber irgendwann muss er ja was machen. Ah ne ist keine Zeitbegrenzung ne. Doch klar. Da ist ein Pass. 32 Sekunden noch. Ja klar aber der Traitor sieht die originale Zeit. Er ist doch gestorben. Niemand das war der Pass. Ist aber gestorben? Ah sind fast gestorben. Ich seh immer noch alle. Ich hab einen Pass erschossen. Ich glaub das ist Aerial. Aber ich schieß nicht auf die. Ich behalte dich im Auge fehl. Ja aber ich schieß nicht auf die. Weil. Okay. Ja Aerial hatte jetzt schon so viele Chancen uns einfach umzulegen. Dann hab ich so ein schlechtes Kaba. Äh Kaba. 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 Ich bin meistens schneller. Ja. Also 1,5,3. Wie gesagt. Das war auch schon. Oder du. Wo bist du? Ah ja. Ich lauf hier gerade wieder so ein bisschen rum. Bin jetzt oben beim Wassertank. Komm auf du im Alltag. Hier Aerial. Ich bin neben dir. Hallo Aerial. Der auf dem Wassertank hier bin. Ich kann euch sagen dass Thomas es nicht war. Der stand neben mir. Thomas stand neben mir. Dennis oder Ariel. Ich weiß nicht mal wie ich zu euch rüberkomm. Thomas wir müssen uns vor hinten. Wo ist der Magnetus Ding? Der hinten ist der. Dennis. Einfach. Bam. Bam. Aber irgendwie nein. Warte hab ich nicht irgendwo ne Granate? Oh ja. Ich hab auch eine Diegel. Diegel. Abguck mal. Wärts geil gewesen wenn irgendjemand nicht gecheckt hätte dass er Traitor ist. Ok. Moment da unten ist noch ein Wass. Der Traitor sollte mal auf die Zeit gucken. Oh. Oh 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 oh. Will dir jemand das schießt? Wer schießt? Wer schießt? Oh. Wird noch jemand? Oh mein Gott, das ist sowas von Dennis. Es ist sowas von Dennis. Ja. Bestimmt. Oh, Dennis, schießt auf mich. Schießt auf mich. Noll. Gut, dass nicht alle anderen schon tot sind außer dir. Errol hätte eigentlich nichts laden dürfen, nachdem ich sie getötet habe. Ja. Okay, GG. War echt gut. Das war richtig gut von Dennis. Aber... Errol, du hast mich geschubst und du trötest mich. Freunde, ihr solltet vielleicht mal zuhören, wenn man jemanden anschuldigt. Du hattest eine Swoge. Ja, er kennt das nicht. Thomas. Äh, Thomas. Du hast mich so exekutiert, das fand ich nicht schwer. Wenn ich dich töten wollte, dann hätte ich dich auch nicht mehr. Ich verstehe euch alle gar nicht. 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 Daniel fällt da runter, überlegt, guckt so rum, ich BÄM. Ja, bitte. Man sollte zuhören, wenn gesagt wird, Blade hat geschossen. Wirklich? Ja, er stand auf dem Dach, ich habe ihn dreimal angeschuldigt, bis er mich gekillt hat. Ich habe mit der Diegel auf ihn geschossen. Oh Gott, warum höre ich gerade so schlecht zu, ey? Ich achte gerade einfach nur auf meine Rolle. Das ist jetzt hier gerade echt wie bei German Let's Play, die hören alle auch so gut zu. Ja, das Problem ist, wir reden auch ein bisschen zu durcheinander, deswegen... Ja, das ist cool. Dezent. Muss ja so, muss ja so, aber ist halt ein bisschen verwirrend, ne? Äh, Freddy, sind momentan eigentlich WW2-Waffen draus? Äh, sind keine drauf, hab keine Sinn. War aber richtig gute Runde, Dennis, das hast du richtig gut gemacht. Ohne Scheiß, das war richtig. Wie viel Zeit hattest du noch am Ende? Zwölf Sekunden. Äh, zehn Sekunden. Boah, na, alter. Du warst bei acht Sekunden sogar schon. Ja. Voll übel. Hier kommt man auf das Dach. Komm man, fack ab. Hier kommt man auf das Dach. Was war das? Warum, 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 warum? Äh, ich hab gerade eben mal kurz geguckt, ob man das Holz kaputt schießen kann. Nein, das ist nicht vor mir explodiert. Ja. Ich will ne Sniper haben. Hallo. Ich hab ne Sniper. Wollen wir tauschen, du kriegst meine M16. So. Ja, bitte. Ich liebe die M16, meine, das ist die beste vom ganzen Spiel. Nein, warte. Ne, eigentlich nicht. Hä, ich schieß den Baum ab. Ich, 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 ich bleib jetzt. Ich hab deine Ironie glaub ich nicht verstanden. Wer ist da grad schon wieder am Schluss? Oh, hi. Ich hab den Baum abgeschossen. Krieg schade. Wie ich einfach angejumpt, komm und tu dich ab. Ich hab der Leiche gefunden, Fallschaden. Das war ich. Das war ich. Ich hab mich selber abgemacht. Ich hab Trickshot gemacht. Ja, okay. Oh Gott. Ich hab mich getroffen. Einmal musste das sein. Du hittest doch auch in Call of Duty. Aber hier ist es genauer. Das stimmt. Da ist ein Mr. Chucky badly rounded. Oh, lol. Er hat das Fass explodieren lassen. Das war ich. Du hast Arryl hier angegriffen. Wo bist du? Ja, ich bin hier im Glockenturm. Er ist unter mir. Ich glaub das war Rache. Alles okay. Ja. Wie komm ich ein? Du hast krass, was hier aussah. Hennis, was machst du da? Ich versteig einen Platz. Fisch, hier lebst du noch? Ja. Okay. Ich glaube es leben noch alle aus Huffel, oder? Ja. Alle aus Huffel leben noch. Ei, Arryl lebt. Dann Thomas lebt. Dann... Ei. Da hat gerade jemand geschossen. Unter mir ist auf jeden Fall jemand, der gerade geschossen hat. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Sniper auf jeden Fall. Weasley hat gerade jemanden gekillt. Weasley ist es. Er hat Arryl gekillt. Nein. Du hast Arryl gekillt. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Sniper. Ich hab's gesehen. Ich treffe nicht. Ich stand hier hinter dir. Ich treffe nicht. Alter ich bin so schlecht gerade. Du willst mich verarschen? Fuck. Alter meine Sniper ist gerade richtig behindert gewesen. Fuck ich hab mit der Schrollfilter gerade voll gefailt. Dennis chillt da oben die ganze Zeit und guckt so. Wie soll ich denn jetzt schießen? Soll ich jetzt auf Fremdchen oder auf der Seite? Wie bist du da hoch? Komm. Wo hoch? Ich bin gefallen. Ach da draußen, äh da außen ist eine Leiter. Das wusste ich gar nicht. Ich hab auf den Fass geschossen und bin explodiert. Warum bist du so doof, Damian? Ohne Witz. Mein Leiche ist auf dem Dach geflogen. Awesome. Ich bin einfach ein schlechter Traitor. Ich hasse es Traitor zu sein. Naja du tötest einfach so Arryl und denkst ja das hat er bestimmt nicht gesehen weil er im Haus sitzt. Ja haha. Hey wo seid ihr? Ich dachte die ich habe gar keine Primärwaffe Taktik funktioniert. Nein. Wirklich nicht. Hallo. Hallo. Hallo Fischi. Hallo Fischi. Ich bin hier mit Chucky. Jaaa. Ich bin wieder Traitor. Hallo. Ich bin Traitor. Ich auch. Ich bin auch Traitor. Jeder ist Traitor. Wir sind jetzt alle Traitor. Ich bin Traitor. Nein. Er ist kein Traitor. KOS da ist jemand runter gefallen. Äh äh Fischi wie kommt man hier runter? Äh mit der Leiter die da ist. Äh mit der Leiter die da ist. Ich geh da so her. Nur mit der Leiter gibst du keinen anderen weg? Äh doch du kannst da hinten runter gehen. Und dann lag und dann fall ich da runter. Alter nicht. Jetzt bin ich zwei Runden hintereinander durch die Welt gestorben. Danke Welt. Moment ich mach das was. Durch die Welt hätt ich gernst du Liebja. Ach Arryl ist gar nicht mehr da. Ah ja. Ah ja. Ah ah. Was wird das? Erbohm Siegel eh voll geil. Was Arryl hat einen Timur? Und wenn man irgendwo runterfällt dann sollte es uns am besten auch nicht sagen. Irgendwann sonst hat man irgendwie so einen als Nicht-Traitor so. Ach schon. Dann weiß man was der tot ist. Äh kann sich mal eben irgendwer rufen? Hab schon. Hallo. Wer ist noch Meinhard? Oh äh äh Chucky Chucky. Chucky. Damian ist es. Lol. Freddy killt mich. Ja ich hab auf ihn geschossen und da bin ich von dem Teil runtergefallen und hab dir den letzten Schuss noch verpasst. Ich weiß. Wer ist Meinhard? Meinhard ist eine Gruppe. Moment. Hallo Meinhard. Wer ist weg? Nein. Meinhard. Nein, den können wir es auch nicht sein. Meinhard? Ach er ist wahrscheinlich noch im Loading-Bildschirm. Oh mein Gott. Er ist noch im Loading-Bildschirm. Aber warum ich will nicht das halt eigentlich sein? Oh mein Gott. Das Gesicht mach ich nie wieder. Das mit der Facecam ist echt ein bisschen. Hast du Facecam? Ich hab immer Facecam ja. Ok. Noob OMG Report. Ja er ist einfach. Ich bin Facecam. Bei so wenig spielst du einfach komplett unnötig. Ja schon. Ich mein. Du spielst TTT und dann willst du dich dabei zeigen. Ich mein bei Horrorspielen kann es ganz lustig sein. Aber ansonsten. Ich bin Facecam einfach komplett scheiße. Ich mach das ja gerade bei TTT. Warum? Weil man sich da manchmal erschreckt? Was? Einfach weil ich dabei immer voll die hässlichen Bratzen schiebe. Dann würde ich es vielleicht dabei nicht machen. Oh hier ist Chucky. Oh ich bin innocent. Schon wieder. Oh nein. Oh nein. Wir haben Detective. Ja Mann. Ich bin Detective. Oh. Wir haben zwei Traitor. Wir müssen alle aufm Detective. Hallo Meinhard. Können wir Meinhard mal aufs Teamspeak holen oder so? Ja das wäre vielleicht gut. Weil das fackt richtig ab in der Aufnahme wenn du alles doppelt und dreifach hörst. Ja das wäre echt gut. Hallo. Das ist cool. Könnt ihr ihm irgendwie die IP zu kommen? Kann man die beschreiben? Meinhard ich schreib dir mal kurz ne IP von nem TS Server hast du TS? Ja. Ok warte. Ok warte. Ich zieh den dann eben runter. Voll geil wenn ihr mich getötet. Egal ob ihr selbst wenn ihr Traitor seid oder so. Ich werfe Grenate ok? Ich schick ihm kurz den Link ok? Also den Dingens. Ja ja macht das. Also wenn ich stehe jetzt richtig offen aufm Dach ja. Freddy hat ihn gekillt. Der voll scheiße. Freddy hat ihn gekillt. Oh ich brenne. Ich brenne. Oh mein Gott. Ich bin selber schuld dass ich gerade gebrand hab. LOL ich war getötet von wer ist das? Batman Freddy 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 Freddy. LOL. Ach was mach fired vor. XDD. Aaaah ha 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 ha! Das war's.